Musik Rund 3000 Schüler waren dieses Jahr zu Besuch bei Live am Berg in Hinterstoder. Ihr Ziel? Die volle Pistengaudi erleben. Darunter auch sechs unserer Lehrlingshelden, die sich eine Auszeit vom Arbeitsalltag gönnen. Angereist aus ganz Oberösterreich steht nun ein abwechslungsreiches Programm am Tagesablauf. Sichtlich am meisten begeistert waren unsere sechs Helden von den Huskys der Mountain Wolf Farm. Besonders Julia, unsere Konditorin, war von den Hunden nicht mehr wegzubekommen. Musik Ich bin so der Hunde-Fan und die Huskys da waren, die haben mich geliebt. Die sind auf mich aufgekupft, haben sich auf mich draufgelegt und sind nicht mehr runtergegangen. Und die haben die ganze Zeit streicheln dürfen und das war so schön. Weil ich glaube, wir waren nicht der fünf Minuten dort gefühlte. Ich hätte den ganzen Tag auch verbringen können. Musik Spaß und Action waren abseits der Piste garantiert. Aber was waren denn nun für unsere Lehrlingshelden die Highlights an diesem Tag? Was mir am meisten Spaß gemacht, das war eigentlich das. Generell die Lehrlingshelden, weil es einfach mit den Leuten, die wir da haben, immer gaudi ist. Jetzt wollen wir schon mit so einem, mit sowas fahren wir noch, was da hinter mir rumfährt. Ski-Dorfahren! Musik Musik Also heute einen Auftritt auf der Bühne haben wir noch. Musik 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 Aber jetzt bin ich frei, wenn ich eine Lehre mache. Schaut schnell und geht was weiter, wenn ich am Hacklen bin in der Pfanne. Musik Zum Schluss wurden alle sechs Protagonisten auf der Live-Radio-Bühne vorgestellt. Und die Helden durften ihre Talente zur Schau stellen. Musik 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 Musik